Aktuell wichtigsten Fragen sind natürlich, dass wir gegenwärtig die Pandemie bewältigen müssen, dass mehr Ressourcen in die Kinder und Jugendlichen hineinfließen müssen und zusätzlich zudem noch der Konflikt oder der Krieg in der Ukraine gegenwärtig kommen. Viele Menschen aus Ukraine nach Wien, dass wir schauen, dass diese Kinder und Jugendlichen, die mit ihren Müttern kommen, meistens, dass sie Unterbringungen haben, die kindes- und altersgerecht sind, dass sie Kindergartenplätze bekommen und dass sie auch die Schulplätze bekommen. Die Kindergartenplätze